Wie Sie an meinem Dialekt erkennen, bin ich ein Zugröster und zu Hause im Donaumoos ist dieser Vogel, der große Bravvogel, inzwischen leider auch eine Rarität, so wie hier in den Chiemsee-Mohren. Dennoch war es ein spannendes Erlebnis im Maisversteck zu sehen, wenn die Gruppe Bravvögel immer näher kam und man konnte dann am Schluss sogar sehen, wie sie hier langsam die Würmer mit ihren stochenden Schnäbeln aus dem Boden ziehen. Eine wunderbare Art, die es zu erhalten gibt.